Ich bekomme eine Erwerbsminderungsrente. Wer ist für mich zuständig, wenn es um das Bürgergeld geht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine ganz interessante Anfrage, die ich heute auf Rentenbescheid24.de erhalten habe. Es geht um das Thema Bürgergeld bei Rentenbezug. Und zwar ganz konkret geht es um die Frage, kann ich oder wo kann ich eventuell mir noch Hilfe holen, finanzielle Hilfe holen, wenn die hohen Energierechnungen kommen? Ich beziehe eine EU-Rente, eine Erwerbsminderungsrente oder Erwerbsunfähigkeitsrente nach Altenrecht und möchte ganz gerne oder habe Angst, dass wenn die großen Rechnungen kommen wegen Gas und Strom, dass ich die dann nicht bezahlen kann, kann es dann sein, dass ich eventuell einen, wie auch immer, temporären Leistungsanspruch habe auf Übernahme dieser Rechnungen. Meine Damen und Herren, zuständig für die Bearbeitung solcher Fälle ist grundsätzlich das städtische Sozialamt. Denn wenn jemand eine Erwerbsminderungsrente erhält oder Altersrente, dann fällt er nicht mehr in den Bereich der klassischen Bürgergeld oder des klassischen Bürgergelds nach dem SGB II, sondern dann fällt er hier in den Bereich der Grundsicherung bei Erwerbsminderungsrente und für Alter nach dem SGB XII. Das heißt, also Ihre Frage lässt sich relativ leicht beantworten. Bei Ihnen ist das zuständige Sozialamt Ihrer Gemeinde, Ihrer Stadt, in dem Sie leben, tatsächlich zuständig. Ich kann nur raten, bei sogenannten temporären Leistungsansprüchen auf jeden Fall zu prüfen, ob Sie hier einen entsprechenden Anspruch stellen. Ihnen kann hier ein entsprechender Fachanwalt für Sozialrecht oder aber auch die Verbraucherzentrale, die örtliche Verbraucherzentrale sicherlich weiterhelfen. Holen Sie sich für solche Beratungsleistungen bitte einen Beratungshilfeschein von Ihrem städtischen Amtsgericht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Thomas Nusser